Also ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Interview führen konnten. Ich bin froh, dass es für den Kongress möglicherweise hilfreich sein kann. Und ich lade alle ein, sich an unserem Gespräch als Zuhörer zu beteiligen, denn mir scheint, dass wir wirklich recht tief, dank deiner recht tiefe Fragen behandelt haben. Und ich hoffe, wir haben einige Lebensweisheiten zutage gebracht.